Hallo alle zusammen, willkommen zurück zu Xero Plays. Heute machen wir ganz was anders mit Hero Siege. Ein neues Game, das ich auf Steam gerade entdeckt habe und nicht unbedingt schlecht aussieht. Naja, die Auflösung ist okay für mich. Dann in den Singleplayer. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gerade auf Steam entdeckt. Das sah ganz cool aus und ich dachte, ich werde hier einfach mal versuchen... Oh, Samurai klingt doch awesome. Ah, warum nicht? Was ist jetzt hier los? Ne, nicht zurück. Ich möchte den spielen. Den darf ich nicht? Okay, Marksman geht. Na dann werden wir Marksman spielen. Ich bin der schöne Yixirer, also werden wir hier auch Yixirer schreiben. Und dann... Rename Stat Talent Reset. Ne, los geht's. Da ist noch so ziemlich alles geschlossen, also... Nochmal, los geht's. Mal gucken! Äh, ja, ne, ist klar. Werde schon drauf kommen. Okay, schießen geht hier. Bewegen ist da. Sieht doch ganz neat aus, das Ding hier. Auf jeden Fall ein übliches Spiel, wo man sich mit dem linken Stick hier bewegt und mit dem rechten... Wow, was war das gerade? Mit dem rechten Schieß, da gibt's eh einige so Zombies... Oh, wow. Okay, das war ein ganz schöner großer Teil von meinem Leben hier. Ich hab offenbar ein Level Up. Geht das hier ohne, dass ich im Hintergrund sterbe? Seht irgendwie so aus. Was ist denn das hier? Attacks nearby enemies, maximal 2. Mit 15 Points. Und was ist das? Crit Chance mit 1%. Nee. Auf jeden Fall, wenn wir hier mal Stärke... Attack... Attack Spee bringt sich gar nichts, okay. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht raus. Ah, okay, die Punkte sind natürlich sofort weg, wenn man sie hernimmt. Na, klassisch, klassisch. Hm, Tarots hört sich doch ganz cool an, im Gegensatz zu den Crit Chance hier. Der geht erst mit Level 6, also werden wir als erstes den hier versuchen. So, wie kenne ich den Spaß hier? L.B. Das ist doch der vordere, oder? Ja! Okay, dann war schon Level Up. Nicht schlecht. Auf jeden Fall der Schaden hier, der sieht am besten aus. Und die Dinos haben mehr Schaden vor Sachen, warum nicht? Was ist Treasurefoot passiert? Was soll denn das jetzt sein? Was ist das hier? Noch mehr Mäuse, okay. Oh, komm' hier, ich möchte... Ö Camera... Ich könnte unten ... Der Kollege unten schießt auf mich ... Ich bin gerade hier insgesamt ein bisschen überfordert. Wie gesagt, ich habe das Game hier noch nie gespielt, aber es sieht verdammt awesome aus. und es soll offenbar sehr roguelike sein, was eben heißt, was für mich jetzt... Okay, tut mir leid, ich hab dich jetzt nicht ganz verstanden, mein Freund, aber trotzdem cool. Auf jeden Fall einen Haufen Geld hier rum, das wird mir sicher irgendwie ausgeben können. Ich hab zwar noch keine großartige Ahnung wie, aber das wird noch kommen. Auf jeden Fall Geld, man kann nie genug Geld haben. Ja, wieder einen aufstehen und schon geht's da wieder dahin. Wow, da kommt doch eine ganz schöne Armee da gerade auf mich zu. Aber Damage, wir haben erst Level 3, also werden wir das hier weiter verbessern. Der Red soll ruhig ein bisschen mehr aushalten und mehr Schaden verursachen. Der hilft mir schon sehr gut aus, auch wenn er jetzt schon fast tot ist, aber das macht nichts. Au, okay, wir haben wieder ein Level Up. Das geht doch hier sehr flottbar an. 20 Monster getötet, ja, warum denn auch nicht, oder? Ich bin doch awesome. Hier, Turret, töte. Wow, okay. Wow, okay. Oh, ein Kistel, Crystal. Das ist 1k. Okay. Stirbbaum. Okay, ich hab dich leider wieder nicht verstanden, aber irgendwas mit einem Bogen. Ah, das sind Rasen. Da ist sicher auch was. Magic Potion. Magic Potion. Aha, okay. Ähm, linker Stick. Health decreased. Okay, das ist offenbar ein Perl-Zufall, das Ganze hier. Okay, die nächste Wave ist dort gerade gestartet, so wie es aussieht. Ich hab wieder ein Level Up bekommen, keine Ahnung woher, aber ich hab ihn. Au. Mieser Mistkerl. Verrecke. Danke. Oh, mein Health-Starter sieht gar nicht mal so cool aus. Meine Turrets, ich wüsste es, oder ich hab's jetzt gar nicht bemerkt noch, bauen sich die Dinge einfach auf, ohne dass ich da was brauche dafür, oder? Okay, jetzt werden wir definitiv den hier machen, weil... An additional arrows hört sich doch ganz... Multi-Shot-Turrets. Ja, definitiv werden wir den Weg da entlang gehen. Ich weiß gar nicht, soll ich meine Potion riskieren? Ach, komm. Health increased. Sehr schön. Kann man doch immer Bucke überwachen. Welcher King bitte? Egal. Auf jeden Fall für den King. Alles für den König. Da ist Geld. Noch mehr Geld. Das war's, oder wie? Nee, da haben wir irgendwo noch Gegner sein. Ah, da unten steht. Ein Dungeon Appellert. Wo? Ja, da ist ne Goldmünze. Wow, mein Health ist mega stark. Au. Stirbmisse. Mr. Archer. Wow, 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 wow. Okay, man merkt definitiv, dass das irgendwie Roguelike sein soll, denn immerhin kann man hier verdammt schnell sterben. Der Damage in die meisten hier an mir verursachen ist. The end is near. Okay. Interessant, interessant. Wo ist der Dungeon? Nee, mir wird der jetzt glatt hier interessieren. Warum darf ich da nicht her? Ah, ich darf noch da her, oder? Nee. Ich muss wirklich hier vor noch den hier machen. Ja, ich darf den noch nicht. Was ist das? Das ist 10. Das ist der Tip. Homing Rockets. Uh, das hört sich doch verdammt cool an. So, jetzt. Ah, jetzt hab ich einen Boss. Oder? Nee, da unten ist ein Dungeon. Da. Alter. Warum? Ich wollte doch da runtergehen. Was ist das da? Was ist hier los? Ich kenn mich nicht aus, ey. Ich hab doch nichts über. Warum ist das da? Versteh ich nicht. Was soll A sein? Das fällt doch viel zu viel hier aus. Der Kollege. Wow. Okay. Der hat mir einen Turret jetzt ganz schön schnell niedergemacht hier. Ja, Kritschhansen. Steh ab. Noch mal ein Turret. Jetzt muss er aber gleich drauf gehen. Jawoll, er ist tot. Steh ab. Genau. Mein Bogen ist durch die Götter verstärkt. Pick up. Nein, das war Y. Das ist doch ein awesome Item. Warum sollte ich das nicht austauschen wollen? So, wo war jetzt der? Ah, da unten war der Dungeon, aber er ist verschwunden. Was soll das? Ich meine, oh, das ist gemein. Hm. Oh, wow. Eine Handvoll Kisten. Okay. Das war mal strange. A key to open it. Kann ich da irgendwie shop? Nee, es sieht nicht so aus. Aber rechts oben sind meine Schlüssel, okay. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich in meinen Shop kommen soll. Schade. Da unten war irgendwie sowas wie ein Gate, hatte ich gesehen. Aber wo war der abgeschlossene Dungeon, den ich davor gesehen hatte? Wo eben die Tür davor war und mir den Zugang versperrte. Aber das soll irgendwie nicht so sein, so wie es gerade aussieht. Also, nee, ich finde das Ding nicht mehr. Alter, warum bin ich so langsam, ey? Das gefällt mir gar nicht. Nur dann, wenn man halt da... Okay, nee, ich bin nicht verreckt. Ich dachte gerade, ich wäre jetzt gerade da einfach nur gestorben. Das wäre dumm gewesen. Und verdammt unfair. Wie kann ich den Skeleton Archer dort beschwören? Warum geht das nicht? Sterbt alle! Okay, jetzt wenn ich da einen neuen Turret Bar sitze, der immer wieder ersetzt. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da unten geht eine kleine Party ab, so wie es aussieht. Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Danke, wo ist denn eh für ein Kollege? Auf jeden Fall ein toter Kollege. Den hier kann man nicht töten, schade. Der Wetter, Wetter rumstehen und mich nerven. Die Büsche habe ich gesehen mit Lade. Oder bin ich draufgekommen? Das sind sehr gute Dinger. Denn da können versteckte Goodies sein. Was für huge difference? Ich bin ja gerade nicht mitgekommen. Okay, das war gerade verdammt viel Scham, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Was ist das da zum Teufel? Alter, das Game überfordert mich hier gerade. Aber ich habe ein Level Up geschafft. Jetzt kann ich endlich meine Multi-Errors. Current Level 0, next Level 2 Errors und eine halbe Chance. Oh, eine Chance. Das ist auch noch nur eine Chance, dass ich mehr Pfeile schieße. Das ist gemein. Ich dachte, das wäre ein Fixer. Achso, ich habe ja noch Statuspunkte hier. Mehr Schaden, danke schön. Au. Wow, ey, das war schon wieder ein starker Pfeil. Okay, das wird hier gerade ein bisschen zu viel. Das wird mir hier gerade echt ein bisschen zu viel. Als dass sich das gutheißen können, aber... Zum Glück habe ich meine hilfreichen Turrets, die sehr viel Schaden für mich tanken können, wie das jetzt. Die Dinge sind grandios. Der Undead Marksman hier darf auch... Wow, hey. Der hat sogar eine ziemlich schlimme Schussrate. Oh, nee. Was macht denn der hier? Mir gefällt hier einfach der... Au. Der... Na. Der schöne Hauch von Diablo in dem ganzen Ding hier. Einfach zu cool. Wow. So, jetzt. Jawohl, Töte den... Skelet-Baum-Entrance-Tree. Wie meine? Jetzt wollen wir den hier noch töten. Mein Geld sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was ich damit anfangen könnte, wäre das... Oh. Cold, hot, fire and ice. Bitte wie? Wenn ich doch noch irgendeine Idee hätte hier, ein Großteil der Items, was die mir denn helfen würden. War das sowas wie ein passives Item jetzt gerade, oder was war das? Damage-Boost, nice. Arndlich. Den kann ich gerade wirklich gebrochen, ja? Was ist das? Magic Potion. Warum weiß ich denn nirgends was... Oh, das Ding hat mich jetzt fast getötet. Oh, was ist das? Das ist definitiv die A3. Aber so schon. Das kann mir keiner verzählen, dass... Das kann... Ich war nicht mal annähernd in der Reichweite von... Okay. An der Note, oder an der Schlussnote hier, werden wir das Ganze hier jetzt mal beenden und wir... Nächstes Mal vorbereiten. Kann ich da jetzt überhaupt... Ah ja, wenigstens ist das nicht von Rogue Legacy, dass wenn man stirbt, der Charakter für sich tot ist und wir einen neuen anfangen müssen. Finde ich cool. Aber auf jeden Fall, ich sehe euch im nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.